So, hi! Also, erstens, wir haben nichts verpasst, als wir die Map nicht abgesucht haben, da war nichts. Und zweitens, ich war ein bisschen voreilig, ich habe diese beiden Pläne schon erstellt und dabei haben wir das Achievement Remake System bekommen. Aber gut, ist ja nicht so schlimm und ich war extra noch ein bisschen gucken, was wir für diesen Dungeon brauchen und das ist nicht gerade viel. Man muss halt den großen Jelly zweimal klatschen und zweimal dieses grüne Vogelfährt. Und zack! So, was läuft denn da Schönes so rum? Pixel Vader und Miss Clyde. Ich will sagen, bevor wir da reingehen, gehen wir erst in den Darkness Dungeon. So, da ist was Neues aufgeploppt. Hey, here's a plan! Ah, mein Ohr juckt. Okay, Change Items für Darkness haben wir bekommen. Ich glaube, brennen können wir noch keine Discs, ne? Ne, wir haben noch keine Items dafür. Dann will ich ein paar Quests abgeben. Zum Beispiel geben wir einen Neppull ab. Wir geben Herbs ab. Wir geben das ab. Und wir holen uns das auch noch ab. So, jetzt da Darkness da ist, sind wir auch neue Quests aufgetaucht. Jawohl. Die nehmen wir alle natürlich mit. Dann der Shop. So, zunächst einmal sind die neuen Sachen natürlich aufgetaucht. Das ist von alleine aufgetaucht, das Detoxin. Oh. Trägt eine neue Waffe für Ify. Hardest Soul. Das hört sich so geil an. Wollen wir uns die Claws schon mal holen für Ify? Ja, holen wir sie uns. Und dann wollen wir noch mal das andere Equipment uns mal angucken, was wir bekommen haben. Hm. Das erhöht unsere Mentalität. Ich glaube, Neppgear bekommt dann das hier. Ah ja, stimmt. Äh, wir haben ja noch so einen hier bekommen. Was macht der? Erhöht Agility. Ist sogar besser als ihr Cellphone. Na dann. Geben wir ihr das. Oh, wieso geht... Und wir geben ihr natürlich ihre Claws. Mein Gott, seht euch ihre Agility an. Holy fuck. Cool. So, wir sind Level 4 mittlerweile. Mal eben, äh, zwischenspeichern. Und zwar hier den ersten Spielstand überschreiben. So. Und dann gehen wir hier erstmal rein. So, da das hier ein optionaler Dungeon ist... Sollen wir hier alles besonders gut inspizieren. Hm? Was ist das? Aha, seht ihr schon? Die ersten coolen Pläne. Eject Button. Mit dem wir aus einem Kampf flüchten können, quasi. Pixel Invader. So, mal gucken, was du jetzt für Schaden raushaust, Yves. Man sieht auch, ich habe die, ähm, Kommandos angepasst. Wie angedroht, in Anführungsstrichen, angedroht. Ah, kommt, kommt heran. Ne, kommt sie nicht. Echt, Null Schaden? Wow. Oh. We're gonna beat you up. Leave it to me. Out of my way. There. Prepare yourself. I can go anytime. Please, prepare yourself. I'm sorry. Take this. There. I can't wait. It's time for your medicine. This may hurt a bit. I did it. If you're hurt, leave it to me. It's time for your medicine. This may hurt a bit. Bam. We did it. Super win. Wow, macht Kommandos Schaden. Und sie zeigt uns immer noch bereitwillig ihre Panties. Das ist, äh, wunderschön. Es versüßt einen den Victory nur noch mehr. Aha. Hm? Was ist das? Oh cool, Leather Omlet. Das können wir Ify geben. Ihhh... Ja. Oh. Haben wir sie echt nicht getroffen? Nein. Oh, Kumpa. Oh, ihr seid alle auf einem Fleck. Kann ich euch... Oh, mein Gott. Ihr werdet leid. Fisch. Fisch. I've got you. I'll do my best. Yay. We somehow won. Hey. Hey. What the... We're gonna beat you up. Leave it to me. That was strange. Out of my way. I need to calm myself. Here I come. Yeah. If you're hurt, leave it to me. Coole Sache, Mädels. Coole Sache, Mädels. Oh, sorry, Kumpa. Du wolltest uns wieder bereitwillig deinen... Deinen Panty zeigen. Ich... Es tut mir leid. I wonder if this is rare. Leider nein, Nebgear, aber... Netter Versuch. Hm? What's this? Success! So, who wants to get beaten first? I've got you. Prepare yourself. I'll do my best. No. Stop kidding me. Yeah. If you hurt, leave it to me. Do you want your shots? Hey. Hey. I did it. I need to calm myself. There. Here I come. So, who wants to get beaten first? Out of my way. Cool. We... Idling my start. Yes! Yes! Wir sind aber noch nicht fertig. Ach, Quatsch. Gibt's hier keine... Keinen Boss auf der Stage? Wieso ist die Stage hier so klein? So, was brauchen wir für unsere Quest denn so? So, die Dot-Antenne haben wir. Noch ein paar Kleids umlegen und den M3 nochmal. Der gerade hinter uns gespawnt ist. I found you! Leave it to me! Oh, die stehen, glaube ich, perfekt. Und jetzt passt mal auf. Demon Flames! I need to calm myself. Dieser Schaden ist nicht von dieser Welt, aber der Schaden wird auch relativ schnell nachlassen, leider. Ja! So! Request from Histi? Okay. So, M3, komm her! Is this... a chance? Leave it to me! I've got you! Bist du quasi der Boss dieser Stage? I've got you! I... I'll do my best! So, haben wir eigentlich schon mal Special Attacks von Napkear gesehen? Ich glaube noch nicht, ne? Also hauen wir sie raus. Mirage Dance! Oh, wir sind hier ein! I need to get stronger! Yay! My level went up! Level up! Coole Sache! Ich glaube, damit haben wir alle Quests erledigt. Es waren, glaube ich, drei. Und drei sind erledigt, ja. Coole Sache! Raus hier! Raus hier mit uns! Raus hier! We got what we came for! So, dann gehen wir die mal direkt ab! SP Charger erhalten! Sehr schön! Live Fragment! Und Move Memory! Ich glaube aber kaum, dass jemand etwas mit Move Memory anfangen kann. Viel zu schlecht. Ja, seht ihr? Das bringt nichts. Aber wir haben sie im Inventar, so it's okay. So, speichern wir nochmal eben schnell. Und dann würde ich sagen, nachdem wir uns hier nochmal einmal umgeguckt haben auf der Map, gehen wir da jetzt hin. Rein mit uns! Ist das Maskottchen hier? Welchen Weg sollen wir zuerst nehmen? Äh, verdammt, bewegt euch nicht! Das Monster benimmt sich merkwürdig. Tut es das? Oh, es ist! Genau wie ich dachte. Hä? Oh, was geht hier vor? Äh, Monster sind, äh, Monster sind anfällig für die Diety of Sins. Äh, besonders wenn, ähm... Äh, besonders wenn man im Hinterkopf behält, dass die Shares für ASIC so hoch sind. Wenn Monster verunreinigt werden unter diesen Einfluss, äh, entwickeln sie sich in diese merkwürdige Form dort. Es heißt, äh, äh, viralisiert werden. Viralisiert. Nachdem sie sich verwandelt haben, sind sie viel zu stark. Also halt, äh, sind sie wesentlich stärker. Also halt deine Deckung oben. Keep your ass guard up. Bestes Rap Battle. Here we go. Oh, nein. Jetzt geht's schon los mit Virusform. Oh, haha. Oh, Gott. Das sind nicht gerade wenige. Can I one-hit you? Ah, mein Napgear. Wie viele kannst du davon ausschalten? Kannst du die drei rausnehmen? Ja. Take this! Yay! There! Where's the patient? It's time for your medicine. Here I go! Hey! We are strong, aren't we? Puh, 144 XP, wenn das kein Level-Up ist. Ist es nicht. Okay, damit haben wir Virus-Gegner kennengelernt. Und ich erinnere mich an diese Stage, glaube ich, vom Originalspiel. Und ich habe die Quest ja schon angenommen. Hier läuft ein Fenris-Wolf rum. Und mit dem will ich mich nicht unbedingt so früh schon anlegen. So, zunächst einmal laufe ich hier überall lang. Dammit! We are gonna beat you up! Leave it to me! We are gonna beat you up! Okay, die Fungis sollten wir loswerden. Sag dich und griff die anderen Ziele an! There! There! Yay! I did it! Leave it to me! I'll patch you up! I can't wait! Ah! So, who wants to get beaten first? Out of my way! I... I'll do my best! Wo in den Tentacles? What's this? Leather Bracelet. Ich glaube, das ist für Iffy sogar gerade noch ein bisschen besser. Er erhöht nämlich die physische Verteidigung wesentlich mehr. Yo, das ist wesentlich besser. Hi. Don't they notice us? So, who wants to get beaten first? Wow, die stehen viel zu weit weg. Wir lassen sie kommen. If you're hurt, leave it to me. So, who wants to get beaten first? Okay, jetzt blocken sie natürlich alle. Aber wir holen uns erstmal das Ding hier. Ne, ne? Mirage, dance! Leider kein Gift-Effekt. We got you! There! There! I need to calm myself. Yay! Oh, that hurt! So, who wants to get beaten first? Repair yourself! I can go anytime! There! Here I come! I won! Level-ups wären nicht schlecht. Goddammit. What's this? Das war ne Waffe für Nap-Gear. I saw that. Oh. Pfff. That looks strange, but... Okay. Okay. Okay, zwei Gegner. Repair yourself! I got you! I'll do my best! Ah, nette Reichweite. There! Yeah! Oh, netter Schaden! Oh, we somehow won. Level up! Good. I'm getting stronger. Yeah! Diese Wertschneigerung wird uns so viel helfen. Ähm, what the fuck? Na, wir können uns wieder nur um einen Funken suchen. Out of my way! Strike! I can go anytime! Yeah! I did it! Leave it to me! I can't wait! I can go anytime! Yeah! Yeah! What do you prepare yourself? Yeah! It's my turn! Fisch! Yay! I didn't expect that. Hm? What's this? Ganz viele Heiligen-Healing-Items. Nicht Heiligen, Healing. Let your guard down, huh? Out of my way! Fisch! I... I'll do my best! Take this! Yay! I won! So, von da bin ich ja gekommen, ne? Ja, mein Gewäss hier lang. Und seht mal, wer da unten rum steht. Don't they notice us? So, who wants to get beaten first? Guckt mal, habt ihr gesehen, wer da hinten rum gestoppt hat? Out of my way! Die Frage ist nur, will ich mich mit diesem Fenris-Wolf schon anlegen? Das alles und noch viel mehr. Ich wundere, ob das rar ist. Schon wieder Rubberband. Was ist das? Stärke-Boost, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass ich mich mit dem Ding schon anlegen wollte. Also im Original, weiß ich noch, habe ich ihn erst auf Level 10 versucht und da habe ich ihn hinbekommen. Vielleicht mit dem Wissen, was ich jetzt mittlerweile habe, könnte ich ihn auch so. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht riskieren. Also gehen wir erst ins Event. Was ist das? Nachdem wir gespeichert haben erst natürlich. Rein mit uns. Oh, ist das es da oben? Ich glaube, ich sehe etwas. Oh, was ist es? Was ist es? Wie sieht es aus? Ich auch. Warte. Huh? Ich ahne Üblis. Es scheint, dass diese Person etwas etwas zu verbrechen ist. Was für die Gute? Bitte, stopp! What the fuck? Oh. Ich wusste. Ich kenne dich noch, ich weiß es. Who the hell are you three? You better stay out of my way, kids. Ich wusste es, dass du schon wieder bist. So we meet again. Likewise, Missy. What are you doing to the mascots? Wonach sieht es denn aus? Uh, destroying it? Duh. Orders from ASIC. They're a nuisance. You're a member of ASIC then? Huh. Not like I got any reason to explain myself to you, but... Alright, listen up. Jetzt bin ich gespannt. I'm a proud and mighty member of ASIC's Frontline Infantry, Linda. Don't you forget it! Infantry Linda. Das steht zwar dort nicht, aber damit hast du uns indirekt deinen Namen schon verraten. Frontline Infantry? Wouldn't that make you just one of their expendable Underlings? In der Tat, du bist quasi Kugelfutter. Definitely an Underling. Miss Underling is definitely an Underling. Das ist das Logischste, was ich seit Lamm gehört habe. What? Where the hell do you get off calling me an Underling, huh? Weil du es bist. Underling is the only name you need. Underling. Now beat it! Could you please move out of our way, Miss Underling? If she's just an Underling, maybe I could fight her. Stop it, Nip Gear. Ugh. Underling this, Underling that. Enough already, you brats! Guck dich mal selbst an. Now you've really pissed me off. You'll regret calling me that. Oh, oh. Yeah! Hey! Nip, Nip Gear? Jeez, how is she this powerful? No! Was ist mit Nip Gear? Do you think it's because ASIC has so many of this area shares? Höchstwahrscheinlich sogar. Ha! For so much bark, you idiots had no bite at all! Now to kill you one by one, starting with... Hmm... Beep! No! Let's start with you, brat! Um, well, but... I didn't really do anything, so... Watch out! What? I.F.? No! Oh, good. Just in the nick of time! Did she sacrifice herself? No! I.F.I. 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 No, it's not good at all! Why did you save me like that? I'm not even carrying my own weight! That's not important. I saved you because I wanted to. Nothing more! I don't understand! I.F.I. I was not there to help you all three years ago. I don't want to feel that helpless again. Is that the moment? Is that the moment, is that the moment, auf den ich gewartet habe? So I decided to protect you and everyone else, no matter what. Drei ganze Folgen lang? I.F.? Yeah! Enough of the soap opera crap! If you two want to die together, I'd be happy to grant that wish. Ihr redet immer davon, jemanden umzubringen, aber irgendwie ist da nie was von passiert. I'm so scared. But I need to fight. I have to become stronger, otherwise all my friends will suffer. That's the spirit. Kinda. I won't let that happen! Finally! You got your passion back! Think you can take her on yourself? I can win! I swear it! Atta girl! Now then, Nepgear! Let's do this! Uh! Um... Uh, uh, yes. Stimmt, ich erinnere mich. Yep, ich erinnere mich. Yep, das war auch so im Original. Let me pass my strength over to you. It's time to rock! What? Oh, crap! You're a CPU? Prepare yourself! I'm not going to lose ever again! I hope I can win! Alright! Who wants to die first? I need to be as good as my sister! Defensive cheer! It's my turn! Yeah! Yeah! Here I come! Ah! Lightspeed sword dance! Mirage! Damn! Doom it! Oh! You better be prepared! That won't work! Doom it! Doom it! Yeah! Doom it! Die already! Here I come! Doom it! This! This! You better be prepared! That won't work! Ah! Ah! No! Is it my turn already? Here I come! Ah, you! Ah! This! You better be prepared! Defensive cheer! Alright! Who wants to die first? Heel! I need to be as good as my sister! Take this! Why, you! I'm gonna ugly up that cutesy little face of yours! Lightspeed sword dance! Mirage! Damn! Doom it! You better be prepared! Lightspeed sword dance! Mirage! Doom it! Not yet! I can't... Lose! I still have to get better! Goddammit! That's so not fair! I mean, transforming and stuff? Come on! Ich glaube, das ist eine neue Form. Das ist, ähm... Das sind neue Prozessoren, so wie bei Lost Purple. I'll spare your life, if you leave now in peace. Weil... Purple Sister sah ein bisschen anders aus. Oh, yes, ma'am. Thank you so much. If you think I'd say that, pull your head out of your ass. I got a job to do. Und ja, das Gespamme von Myra's... Mirage... 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 Dance... Vorhin war zwar cheap, aber es war necessary. No, wait! Ah, forget her! Warum bring's... Warum drehst du dich nochmal um und gehst nicht einfach weg? Ich... Bleh! Zondere. What? The mascot! What? How? Serves it right! What? Hä? Wie? Was? I'm all done here. Next up, Lastation's mascot. What the fuck? How did it happen? Don't you run away! Ah, jeez. She's too fast for her own good. Ja, irgendwas muss sie ja können, wenn sie schon nicht kämpfen kann. Oh, no! The mascot! Worry not, CPU-Kandidate! Ähm, hi. Huh? A voice? But who? I am this nation's mascot. How unexpected to have my body destroyed while I was sleeping. Wie kannst du schlafen, wenn jemand auf deinen verdammten Körper mit einem Baseball-Schläger einschlägt? Wobei, es ist kein Baseball-Schläger, es ist einfach nur ein, ein, ein Schläger. Ähm, so, you're okay? I mean, you're talking even after you got smashed to pieces. Okay is not quite accurate, but fortunately, I was able to separate part of my power from my body. Cool, können wir dich mitnehmen? Here, I will grant what power I have left to you. Cool, was heißt das? Power-Ups? Goodness, this is the power of a nation's mascot then? CPU-Kandidate, I have no way of knowing what has transpired since I began my long slumber. But I have faith that you will use my power for a just cause. Welcher Teil? Michael Bay Simulator. And just like that, the mascot vanished completely. Man, that was a close call. Yes, but we managed. All thanks to you, IF. Naja, das Mascottchen wurde zerstört. Du hast wohl jetzt deine Kräfte teilweise übernommen, oder vielleicht sogar ganz. Nichtsdestotrotz ist das kein wirklicher Erfolg. It was a little embarrassing, though. Ach, kommt schon, es war fucking cute, oder? Oder? Ich hoffe, ihr hattet eure Hände die ganze Zeit über dem Tisch. Oh mein Gott. Keine Sorge, Kumpa, ich behalte die beiden im Auge. Puppeldisc. Cool. Hat Napgir die ganzen EP bekommen, oder alle haben eine EP bekommen? Gut, weil 333 EP sind nicht gerade wenig. So. Okay. Mhm. Ansonsten scheint hier nichts gewesen zu sein, also machen wir damit einfach weiter, wie es aussieht, wa?